Die Pyramide als seismisches Kraftwerk, also die Cheops-Pyramide, macht das Sinn? Wenn man die einzelnen Teile der Pyramide untersucht, ist eine sehr auffällige Sache natürlich die große Galerie. Die gucken wir uns heute genauer an. Und was für eine Funktion könnte die große Galerie gehabt haben? Das möchten wir heute betrachten. Und wir machen eine Verbindung am Ende des Videos zu Rolls-Royce Aerospace. Das ist die Abteilung von dem Unternehmen Rolls-Royce. Die machen nicht nur Autos, sondern die sind auch im Energiesektor unterwegs und Luftfahrt und so weiter. Also das möchten wir uns dann anschauen. Gibt es da eine Verbindung zwischen einer möglichen Technologie der großen Pyramide und Rolls-Royce Aerospace? Also lass dich überraschen. Darum geht es in diesem Video und damit erstmal hier ein herzliches Willkommen auf dem Kanal Faith.Science. Ich bin der Jascha Schmitz und hier auf dem Kanal geht es darum, dir und mir zu helfen, selbstbestimmt eigene Schlüsse ziehen, zu lernen, Dinge zu hinterfragen. Ja und das im Bereich Glaube, Wissenschaft, Weltanschauung. Da sind wir so unterwegs. In dieser Reihe hier beschäftigen wir uns aktuell mit der großen Pyramide und hinterfragen da also ganz unzensiert mal so, ja gibt es Möglichkeiten, die Pyramide aus wissenschaftlicher oder ingenieurstechnischer Sicht zu betrachten und die als Kraftwerk zu identifizieren. Wenn das für dich neu sein sollte, wenn du jetzt hier frisch einsteigst, das ist jetzt glaube ich Teil 6, wenn ich mich nicht täusche, Teil 6 genau in dieser Reihe. Das heißt, ich verlinke hier oben mal die Playlist, da kannst du von Anfang an dir die Sachen mal anschauen, weil was Ziel dieser Reihe ist, ist wirklich die Struktur der Pyramide mal genauer zu untersuchen, die einzelnen Bauelemente oder Gangsysteme, um zu sehen, wofür war welcher Teil denn vorgesehen. Das habe nicht ich mir ausgedacht, sondern das beruht auf den Forschungen eines Ingenieurs namens Christopher Dunn, der dazu auch ein Buch geschrieben hat und das möchten wir hier Schritt für Schritt durchgehen. In den letzten Videos hatten wir uns im Grunde genommen das hier angeguckt, also die Struktur der Pyramide und um das ganz kurz zu sagen, Theorie ist, dass dieses Bauwerk sozusagen in Resonanz gehen konnte, wie ein Instrument. Mit Schwingungen, die in der Erde eigentlich vorhanden sind, immer. Also dass dieses Bauwerk in Resonanz gehen kann, also Schwingungen aus der Erde aufnimmt und diese Schwingungen nachher konzentriert werden sollen in die Königskammer. Das hatten wir uns dann nämlich im letzten Video auch angesehen. Die Königskammer wäre nämlich dann der Teil des Gebäudes, der in Schwingungen versetzt werden soll, also da soll es hinfokussiert werden. Da ist alles aus Granit gebaut. Granit hat dann die Eigenschaft, wenn er eben in bestimmte Frequenzen zum Schwingen gebracht wird, ein elektrisches Feld zu erzeugen. Also Punkt 1, Bauwerk geht in Resonanz mit Schwingungen der Erde. Wichtiger anderer Punkt, sozusagen der Reaktor wäre halt dann hier die Königskammer gewesen, die sogenannte. Und die Sachen, wie sie eben verbaut ist, wie ein Instrument, was schwingen würde und ein elektrisches Feld erzeugt. Das ist alles noch jetzt keine Komplettantwort, wie wird dann dieses elektrische Feld in nutzbaren Strom zum Beispiel umgewandelt, in eine übertragbare Energieform. Gehen wir im nächsten oder übernächsten Video drauf ein. Heute ist erstmal die Frage, ja gut, wenn dieses Gebäude mit einer sehr tiefen Frequenz des Erdkerns, mit irgendwelchen Schwingungen, die wir gar nicht hören, in Resonanz gehen würde, wie kann man denn diese Frequenzen in hörbaren Schall umwandeln? Also um sozusagen die Königskammer, um da den Schall, diese Schwingungen zum einen hörbar zu machen, zum anderen den Granit so zum Schwingen zu bringen, wie es sein soll. Also das hier hinzuleiten. Darum geht es jetzt. Vielleicht vorab noch eine Sache vom letzten Mal, die ich nicht erzählt hatte. Und zwar haben wir hier in der Königskammer hinten diesen Granitsarkophag, so wird der bezeichnet, also so eine Granitbox. Und wir hatten im letzten Video gesagt, die ganze Königskammer ist eigentlich so schallmäßig abgekoppelt. Also die kann hervorragend schwingen. Das hört man auch in zum Beispiel den Aufnahmen von dem Querflötisten Paul Horn, hatten wir uns angesehen, angehört in dem Fall. Aber was noch eine Sache war, die Flinders Petrie, der die Pyramide halt genauestens untersucht hatte, in der Vergangenheit, jetzt Jahrzehnte zurück, 1800 noch was. Flinders Petrie hat Folgendes geschrieben, dass hier nämlich unter dem Sarkophag ein Kieselstein, also ein Stein gelegt war. Und er sagt hier, das ist aus dem folgenden Buch, kann ich auch mal kurz zeigen. Ich werde die Links unten drunter packen, wie immer, falls du neu hier bist, unten drunter sind immer ein Haufen Links, dann kannst du das selbst recherchieren. Und hier auf der Webseite ist das komplette Buch von ihm zu finden. Jetzt lädt es hier gerade. Naja, derweil lese ich schon mal vor. Der Kieselstein, der unter dem Sarg gelegt wurde, ist wichtig. Wenn jemand den Sarg aufstützen wollte, so liegen in der Pyramide eine Vielzahl von Steinsplittern griffbereit. Die Entnahme eines Kieselsteins von außen scheint also zu zeigen, dass der Sarg zu einem Zeitpunkt gehoben wurde, als die Pyramide noch nicht zerbrochen war. Das sind ja so Spuren, dass da im Bruchkanten und so weiter sind. Und noch kleine, keine Splitter herumlagen. Dies deuten darauf hin, dass es irgendeinen Zugang zu den oberen Kammern gab, die durch das Entfernen loser Blöcke ohne jegliche Gewaltanwendung immer zugänglich sind. Also was sagt er hier eigentlich? Kurz zusammengefasst, er sagt, da ist ein Kieselstein unter dem Sarkophag und der ist nicht von den Trümmerstücken, die wir hier haben, sondern das ist ein Kiesel, der scheint da extra platziert worden zu sein. Ja, das ist ihm aufgefallen. Das ist hier eben in diesem Buch The Pyramids and Temples of Gizeh. Warum ist das jetzt noch wichtig, wenn wir darüber sprechen, dass wir uns über Akustik und Geräusche und sowas halt Gedanken machen? Christopher Dunn zitiert das. In seinem Buch sagt er, wenn Petri sagt, dass etwas wichtig ist, versuche ich darauf zu achten, wovon er spricht. Dennoch bin ich nicht davon überzeugt, dass dieser Kieselstein nicht lange nach dem Bau der großen Pyramide in die Königskammer gebracht worden sein könnte, um den Sark zu stützen, damit er bewegt werden könnte. Andererseits stellt Petri durchaus eine Alternative vor, über die es sich zu spekulieren lohnt und ich kann nicht umhin, mich zu fragen, ob es möglich ist, dass der Kieselstein für diejenigen, die ihn dort platziert haben, einen größeren Zweck erfüllte. Jetzt kommt der wichtige Punkt. Hätten wir einen Gegenstand wie den Sark hergestellt und ihn auf eine bestimmte Frequenz eingestellt, wüssten wir, dass die Vibrationen etwas gedämpft würden, wenn wir ihn flach auf den Boden stellen. Wenn wir jedoch ein Ende des Sargs auf den Kieselstein heben, kann er mit höchster Effizienz vibrieren. Also hier wieder noch ein zum letzten Video ein kleines Detail, kleiner Zusatz. Er sagt, oder Flinders Petri sagt das eben auch, der Sarkophag ist auf einen Kieselstein gelagert, dass er sozusagen frei schwingen kann. Wieder so eine Sache. Das war auch der Punkt bei Paul Horn, wo er da am Anfang gegen den Sarg schlägt, letztes Video. Und diesen krassen Klang von einer Glocke fast oder so erzeugen kann damit. Also das nur so am Rande. Wie gesagt, Sarkophag hier auch schwingend gelagert, könnte man fast sagen. Oder entkoppelt, dass er gut schwingen kann. Vielleicht so auszudrücken. Was wir uns jetzt anschauen möchten, ist dieses etwas hier. Dieses Moment, ich muss hier mal kurz umschalten auf die Hand. Und so hier, die große Galerie. Das hier wollen wir uns ansehen und uns damit beschäftigen. Paul Horn, dieser Querflötist, der hier drin eine Aufnahme machen durfte in der Königskammer, hat es auch in der großen Galerie probiert. Und er schreibt in seinem Buch, Die große Galerie klang im Vergleich zu den anderen Kammern eher flach. Aber dann hörte er etwas Bemerkenswertes. Die Musik, die er spielte, kam ihm klar und deutlich aus der Königskammer zurück. Der Klang drang in die große Galerie hinaus und wurde durch den Durchgang reflektiert und hallte in der Königskammer wieder. Also er hat jetzt hier sozusagen an der Stufe versucht, Flöte zu spielen, um mal zu gucken, wie hört es sich hier an. Und hat da dann gemerkt, Moment mal, der Schall scheint hier reinzugehen und aus der Königskammer irgendwie zurückreflektiert zu werden. Also er merkte halt, dass das miteinander akustisch verbunden ist. Das haltet wieder, der Ton aus der Königskammer. Obwohl dieser große Gang selber, sagt er jetzt hier, nicht die tolle akustische Eigenschaft hatte im Vergleich zu diesem Wahnsinns Echo in der Königskammer. Warum ist das wichtig? Das gucken wir uns mal ganz kurz in einem Video an. Also, gucken wir uns jetzt nicht an, warum das wichtig ist. Wir schauen einfach noch mal ganz kurz in die große Galerie hinein. So sieht das aus, wenn man da drin ist. Also wenn man da rumlatscht. Moment. Ton wollte ich gar nicht haben. Also, so sieht das aus. Hier, die Wände laufen eben so schräg zusammen. Und oben sind halt auch solche, wie sagt man es, ja, Abstufungen in der Decke zu sehen. Also wie so umgekehrte Treppen. So sieht das aus von hier unten. Das ist die große Galerie. Ja, und was soll das? Diese ratschenartige Decke, die hier oben zu finden ist. Was hat es damit auf sich? Und dazu kurz wieder ein Absatz aus dem Buch. Da die Überlappungen, die wir hier sehen, schätzungsweise eine Neigung von etwa 12 Grad haben, ergibt die Oberfläche der überlappenden Steine in der Decke eine erstaunliche Annäherung an einen Winkel von 45 Grad in einer vertikalen Ebene. Bei dieser Neigung der Deckensteine würde ein senkrecht zum Dach verlaufende Schallwelle von den Ziegeln in einem, oder von diesen Steinen in einem Winkel von 90 Grad reflektiert werden und sich in Richtung der Königskammer ausbreiten. Klingt immer so kompliziert alles, ne? Deswegen habe ich hier mal ganz kurz Bilder dazu. Jetzt muss ich mal eben schauen, wo ich das richtige Bild habe. Moment, ich glaube, das ist, das ist da. Nein. Da. Hier haben wir das. Also die große Galerie, wie gesagt, hat oben diese Ecken hier drin, die wir jetzt da gerade gesehen haben. Und der Winkel, der hier aus der Ecke entsteht, also oben, das ist hier eingezeichnet, das sind 45 Grad Winkel. Das heißt, wenn jetzt senkrecht von unten sozusagen Schall draufgehen würde, wird das eben reflektiert werden Richtung Königskammer. Also Richtung Loch, was wir da vorhin hatten, Richtung Durchgang zur Königskammer. Also hier, da rein wird es reflektiert werden in diesen Durchgang. Also, deswegen nochmal interessant, die Decke der großen Galerie ist so gemacht, dass Schallwellen in diesen Eingang zur Königskammer gelenkt würden. Das ist das, was Dunn hier erklärt. Ja, dann erklärt er noch, dass zur Zeit Alma Moons, dass es da wohl Berichte gibt, dass auch der Boden irgendwie gestuft gewesen sein könnte. Aber, das habe ich jetzt mal hier nicht tiefer reingenommen, weil da auch keine Quellen zu angegeben waren. Also es kann sein, da waren wohl sehr viele Trümmer hier anfangs, als das dann freigeräumt wurde von Davidson, von Petrie und so weiter. Und es kann sein, dass da eben auch der Boden in einer Art und Weise eine Geometrie hatte, um den Schall zu lenken. Also, was hier mal interessant wäre, wäre, ja, gibt es jemand, der Akustiker ist, also mit Soundberechnungen arbeiten kann und sozusagen die große Galerie, wie sie sich hier befindet, mal akustisch nachbauen könnte, um zu sehen, was passiert da drin eigentlich akustisch mit den Frequenzen. Es ist so, dass die hier dann zurückgeworfen werden. Also nach den berechneten Winkeln müsste es so sein. Aber das wäre halt interessant von einem Architekten, der, ja, vielleicht irgendwie Opernhäuser designt oder sowas, weil da ja viel auch akustische Sachen berechnet werden. Okay, jetzt haben wir wieder einen kleinen Baustein. Wir sagen jetzt also, gut, die große Galerie könnte Schall lenken in die Königskammer hinein und könnten die Königskammer zum Schwingen bringen. Ja, Problem, aber wo kommt der Schall denn her? Ja, also wenn das Gebäude jetzt in einer sehr tiefen Frequenz in Resonanz ist, das Gebäude schwingt sehr tief, wie kriege ich aber die Schwingungen des Gebäudes sozusagen hier in die Königskammer zentriert und von daraus in die große Galerie? Äh, von daraus in die Königskammer umgekehrt, ne? Also, jetzt habe ich es gerade falsch gesagt. Wie kriege ich die Schwingungen hier in diesem langen Gang zentriert? Also, dass es da sozusagen hörbarer Sound wird und der dann weitergeleitet werden kann hier in die Königskammer. Wie mache ich die Schwingungen hörbar? So wie das Auto, was gerade draußen vorbeifährt. Also, wie geht das? Dafür braucht man Resonaturen. Christopher Dunn erklärt hier. Wir können auch andere Informationen über akustische Geräte extrapolieren, die offensichtlich nicht mehr in der großen Galerie vorhanden sind. Da ich weiß, dass die Königskammer auf den Schall einer bestimmten Frequenz reagiert und diese Energie in elektrische Energie umwandelt, durch das Schwingen der Quarze, habe ich schon früher die Theorie aufgestellt, dass die große Galerie Resonatoren beherbergt, die die gekoppelten Schwingungen von Erde und Pyramide in Luftschall umwandeln. Das Vorhandensein von Resonatoren in dieser Galerie wird durch die Funde in der Königskammer sowie durch die Konstruktion und die in der großen Galerie festgelegten Phänomene bestätigt. Weil, was ist da zu finden? Das Rätsel der 27 Schlitzpaare in den Seitenrampen lässt sich logisch erklären, wenn man annimmt, dass jedes Schlitzpaar eine Resonatorbaugruppe enthielt und die Schlitze dazu dienten, diese Baugruppen zu arretieren. Das ursprüngliche Design der Resonatoren wird immer fraglich bleiben, wenn ihre Funktion jedoch darin bestand, effizient auf die Vibrationen der Erde zu reagieren, dann können wir vermuten, dass sie einem Gerät ähneln könnten, das wir heute kennen und das eine ähnliche Funktion hat dem Helmholtz-Resonator. Okay, Schlitzpaare, Baugruppen, äh, was? Was hat er jetzt hier? Okay, kein Ding, gucken wir uns an. Große Galerie, so sieht sie aus. Jetzt lassen wir uns hier mal hochlaufen in dem Video und jetzt achte mal hier links auf diese Vertiefungen. Hier sind nämlich überall in der großen Galerie, links und rechts, sieht man hier sehr gut, Vertiefungen. Und auch hier an den Wänden sind nochmal Vertiefungen, Löcher und halt auch teilweise hier noch sichtbare Schlitze und so weiter. Also da sagt er, diese 27 Schlitzpaare, die hier sind, haben etwas logischerweise festgehalten. Er sagt jetzt hier, Baugruppen oder Bauelemente, wo Resonatoren drin waren, was das gleich ist, gucken wir uns dann an. Aber er sagt, hier war was reingebaut. So, damit wir uns das mal wieder angucken können, gehen wir hier wieder in die Bilder hinein. Und zwar zum, Moment, Baugruppe. Hier sieht man es, wie er sich das vorstellt. Also den Blick, den wir gerade hatten, so von vorne, große Galerie, sagt er hier halt, man hätte hier so ein Holzständerwerk, was so hoch gebaut ist in die schräge, eben in diese schräge Wand der großen Galerie. Holzständerwerk und zwischen diesen Holzständern wären jeweils in verschiedenen Größen Helmholz-Resonatoren angebracht, die dann Schwingungen hörbar machen. Klingt alles wahrscheinlich total abgefahren. Dann nachher säht die ganze große Galerie so aus. Also die wäre von unten bis oben im Grunde genommen mit so Holzständerwerken versehen gewesen. Und darin wären Resonatoren eingebaut, die Klang erzeugen aus den Schwingungen, die die Pyramide hat, durch ihre Resonanz an. Okay, Helmholz-Resonatoren. Was ist denn das, ein Helmholz-Resonator? Und dafür müssten wir mal in ein Video hineinschauen. Das lasse ich mal laufen. Und zwar dürfte es das sein. Oh, das ist es nicht. Das ist der falsche Knopf gewesen. Ich gehe mal kurz zurück. Also diese Kugeln hier sind Helmholz-Resonatoren. Sieht aus wie Weihnachtskugeln. Und da hat man es eigentlich gut gehört. Das heißt, diese Kugeln haben die Eigenschaft, dass wenn man jetzt eine Stimmgabel in der richtigen Frequenz hat und die Kugel die richtige Größe hat, dann hält die Stimmgabel da vor. Dann zieht diese Kugel sozusagen die Schwingungen der Stimmgabel schneller ab und fängt selbst an, einen Ton zu erzeugen. Also die Stimmgabel hört dann schneller auf mit ihrem Klang, sonst wird die ein bisschen länger vibrieren. Aber dieser Resonator zieht sozusagen die Schwingungen da ab und erzeugt ein hörbares Geräusch, wie wir es hier hatten. In einem anderen Video, das lasse ich auch nochmal anlaufen, da zeigt ein Wissenschaftler, indischer Wissenschaftler oder Lehrer, das ist glaube ich eher sogar von einem College, der macht hier einen Versuch mit einem Helmholz-Resonator. Und der zeigt das eigentlich ganz schön, dass diese Resonatoren, bei dem einen Beispiel war es ja jetzt so eine goldene Kugel, das kann aber auch eine Flasche sein. Also man kennt es ja, wenn man eine Flasche reinbläst, erzeugt die ja einen Klang. Und er macht das halt hier mit einem Gefäß, wo Wasser drin ist und lässt das Wasser rauslaufen, bis sozusagen die richtige Menge Wasser drin ist, dass dieser Kübel da, dieses kleine Glasgefäß, die Schwingungsfrequenz der Stimmgabel hat. Und in dem Moment dann, wenn diese Frequenz erreicht ist, also jetzt zeigt er das hier, unten tropft halt das Wasser raus. Ich hoffe, wir können jetzt jetzt starten, zu hören, die Sound ein bisschen. Aber es hat sich zu getrennt, dass es viel louder ist, als das. So, und jetzt. Jetzt hört man es auf, ne? Da sind das jetzt bei einer bestimmten Menge Wasser. Ja, fängt es eben dann an zu schwingen. Also so einfach ist ein Helmholtz-Resonator herzustellen. Ist jetzt nichts Besonderes. Wie gesagt, Weihnachtskugel, was auch immer. Wenn es die richtige Frequenz hat, zu dem schwingenden Objekt darüber, jetzt in dem Fall der Stimmgabel, dann fängt dieses Gefäß an zu schwingen oder diese goldene Kugel oder woraus die auch immer ist. Kann auch aus Stein sein, ne? Wurscht. Muss einfach die Frequenz haben, die passende. So, und was der Christopher dann jetzt sich vorgestellt hat, ist eben, wenn man jetzt hier dieses Bild gerade hat von dem Wissenschaftler, die Stimm, also seine Hand, sagen wir mal seine Hand, die er jetzt gerade hält, wäre diese Baugruppe, die mit der Pyramide verbunden ist, ne? Also sozusagen die Wand. Und an der Wand wären Stimmgabeln angebracht, die halt mit der Pyramide schwingen. Also in sehr tiefer Frequenz dann wahrscheinlich erstmal, aber die würden schwingen. Und unter diesen Stimmgabeln wären dann halt Helmholtz-Resonatoren angebracht. Was wäre also der Effekt? Gucken wir uns nochmal ganz kurz das Bild hier an. Wo hatte ich es? Hat es das richtige Bild? Genau. Ja, nicht weitergehen. Also hier, ne? Baugruppe. Zuerst kämen Helmholtz-Resonatoren und darüber kämen sozusagen jetzt schwingende Elemente oder Stimmgabeln, die mit dem Bauwerk verbunden sind. Durch die Konstruktion sind die halt mit den Wänden verbunden und würden halt sanft schwingen, weil die Pyramide schon in Resonanz gegangen ist, wenn sie gestartet wurde. Was die Helmholtz-Resonatoren machen, haben wir gerade gesagt, die würden im Grunde genommen aus den schwingenden Stimmgabeln die Frequenz abziehen. Also würden da Energie abziehen, Schwingungsenergie. Und damit dann auch, weil sie mit dem Gebäude verbunden sind, aus dem Gebäude diese Schwingungsenergie abziehen und hörbar machen durch die Helmholtz-Resonatoren. Das heißt, dieses Bauwerk hier oder diese Elemente, die wir hier haben, würden im Grunde genommen die komplette große Galerie mit lauten Tönen füllen. Mit bestimmten Frequenzen, worauf die gestimmt sind. Ich lese das hier nochmal vor, wie er das beschreibt. Das habe ich zwar schon erklärt, aber ich glaube, er fasst es besser zusammen, als ich es hier erklären kann. Er sagt, ein Helmholtz-Resonator reagiert auf Schwingungen und maximiert die Energieübertragung von der Quelle der Schwingungen. Der Resonator besteht normalerweise aus Metall, kann aber auch aus anderen Materialien hergestellt werden. Ein klassisches Beispiel für einen Helmholtz-Resonator ist eine Hohlkugel mit einer runden Öffnung, die ein Zehntel bis ein Fünftel des Durchmessers der Kugel beträgt. Hatten wir gerade, ne? Die Größe der Kugel bestimmt die Frequenz, bei der sie in Resonanz geht. Wenn die Resonanzfrequenz des Resonators mit einer Schwingungsquelle, zum Beispiel einer Stimmgabel im Einklang steht, entzieht er der Gabel Energie und schwingt mit größerer Amplitude, als die Gabel ohne seine Anwesenheit schwingen würde. Er zwingt die Gabel, das ist jetzt das Wichtige, zu einer größeren Energieabgabe als normal. Oder er beansprucht die Stimmgabel. Wenn die Energie in der Gabel nicht wieder aufgefüllt wird, ist ihre Energie schnell erschöpft. Schneller erschöpft, als es ohne den Helmholtz-Resonator der Fall wäre. Solange die Quelle jedoch weiterschwingt, das ist jetzt wichtig, solange die Quelle weiterschwingt, die Quelle bei der Pyramide wären die Wände. Das wäre das Bauwerk. Also solange die Quelle weiterschwingt, entzieht der Resonator immer mehr Energie. Und das ist eben das, was wir hier hatten in diesen Bildern. Also hier hatten wir den Helmholtz-Resonator, der entzieht der Stimmgabel Energie. Und die wären aber jetzt mit dem Bauwerk verbunden. Das heißt, dem schwingenden Bauwerk wird diese Schwingungsenergie entzogen durch diese komplexe Konstruktion hier. Weiter gedacht könnte man sagen, dass jede in der großen Galerie installierten Resonatoreinheiten mit mehreren Helmholtz-Resonatoren ausgestattet war. Jetzt haben wir hier diese verschiedenen Kugeln, die auf verschiedene harmonische Frequenzen abgestimmt waren. In einer Reihe von harmonischen Schritten reagierte jeder Resonator in der Reihe auf eine höhere Frequenz als der vorherige. Ähnlich wie die Königskammer auf Energiezufuhr reagiert, sie erzeugt einen F-Akkord oder Klang, erhöhen diese Resonatoren die Frequenz der von der Erde ausgehenden Schwingungen. Um die Frequenz der Resonatoren zu erhöhen, hätten die antiken Wissenschaftler die Abmessungen verkleinert und den Abstand zwischen den beiden Wänden neben jedem Resonator entsprechend verringert. Tatsächlich sind die Wände der großen Galerie in ihrer Höhe siebenmal nach innen versetzt und die Stützen der Resonatoren reichten wahrscheinlich fast bis zur Decke. An ihrer Basis waren die Resonatoren in den Rampenschlitzen verankert. Es überrascht nicht, dass es in der großen Galerie weitere Beweise für diese Annahmen gibt, vor allem in einem Konstruktionsmerkmal der Galerie, was nur selten beachtet wird. Und da geht es um die Schlitze bzw. diese Bohrlöcher, die da noch zu finden sind obendrüber, dass die eigentlich nach unten hin flach sind. Also als ob da halt wirklich ein Ständerwerk flach installiert war. Das beschreibt er hier noch ein bisschen genauer, will ich aber jetzt nicht weiter vorlesen. Genau, aber er sagt eben, ja, wir haben Belege dafür, dass halt dieses Ständerwerk da war. Ja, zu den Resonatoren, warum die nicht mehr zu finden sind da, da geht er in einem späteren Kapitel auch nochmal drauf ein. Da werde ich dann auch nochmal was zu sagen oder warum dieses Ständerwerk auch nicht mehr zu finden ist. Das kommt dann im späteren Video nochmal. Aber das ist jetzt erstmal die technische Idee dahinter, dass eben hier in der großen Galerie das eingebaut gewesen wäre, diese Resonator-Baugruppen. Und die hätten dann hier oben den Schall reingeleitet durch die Konstruktion der großen Galerie. Okay, jetzt sind wir soweit, dass wir sagen, okay, wie kriegt man die Schwingungen des Gebäudes in hörbare Schwingungen umgewandelt? Und wie kann man diese Frequenzen dann in die großen Galerie, in die Königskammer reinkriegen? Soweit sind wir. Jetzt dürfte man ja mal kritisch die Frage stellen, gibt es denn Belege dafür, dass es solche Resonatoren überhaupt gab? Kann das sein, dass sowas existierte? Und da gibt es eine sehr verrückte Sache, die zum Beispiel auch in dem Wikipedia-Artikel zu finden ist von der Pyramide von Djoser. Also diese Stufenpyramide von Saqqara hier rechts, die ist das. Und bei der ist nämlich ein unterirdisches Gangsystem und da hat man was gefunden, nämlich Tongefäße. Nicht Ton, sondern Steingefäße, wichtig. Nicht Ton, sondern Steingefäße, also auch aus Granit geformte Gefäße. Und das haben wir hier. Hier steht das, zack, zack, zack. Wie viele Gefäße sie gefunden haben unter der Pyramide und zwar über 40.000. Dann schreibt in seinem Buch 30.000, Wikipedia sagt hier sogar, über 40.000 Tongefäße waren da unten in einer anderen Pyramide gelagert. Warum ist das interessant? Was sind das für Steingefäße gewesen? Ich habe wieder Tongefäße gesagt. Steingefäße. Gucken wir uns mal kurz an, was es da so gab. So sehen die zum Beispiel aus. Also bei 40.000 ist das hier mal gerade ein Beispiel. Also hier haben wir ein Gefäß aus Stein. Was jetzt daran interessant ist, ist erstmal, wie kompliziert das ist, sowas herzustellen. Also diese Steingefäße. Auch jetzt hier nochmal rechts, oder links, diese Bottiche. Warum ist das so kompliziert? Der Christopher dann geht darauf ein und sagt hier, die Arbeit, also schreibt er von sich, die Arbeit, die ich in Stahl ausführte, um solche Hohlräume zu schaffen, also jetzt zum Beispiel so ein Gefäß zu machen, war im Vergleich zu Granit, Diorit, Basalt und Schiefer, die von den alten Ägyptern bearbeitet wurden, einfach. Ich war sehr erstaunt und konnte nicht verstehen, warum sie sich solche Mühe machten, um Vasen auf diese Weise herzustellen. Wir machen uns heute sicherlich nicht die Mühe, Vasen herzustellen, also solche aus Granit und so. Ihr Zweck war offensichtlich so wichtig, dass sie einen solchen Aufwand betrieben haben. Gucken wir nochmal ganz kurz in die Bilder hinein. Und da ist dann noch ein Bild. Wo habe ich das? Ja, das Bild hier. Das sagt er nämlich mal, wie würde man denn eigentlich so ein Gefäß herstellen? Also jetzt hätte man so einen Granitblock, was eh schon unglaublich schwer zu bearbeiten ist. Granit, das wird ja heute so mit diamantbeschichteten Bändern geschliffen oder geschnitten und so. Aber jetzt hätte man so einen Granitblock, würde den irgendwie außen zumindest rund bekommen, aber muss ja innen drin aushöhlen. Dann sagt er, das wird heute durch die Nutzung verschiedenster Werkzeugen gemacht, also verschieden lange Pinne, die sozusagen nachher da in, man macht erstmal ein Bohrloch und dann werden die da reinbuxiert und gedreht von außen. Und dann wird sozusagen das Material ausgefräst. Das ist nicht gerade einfach so gesehen. Gerade je brüchiger Schiefer zum Beispiel oder je härter Granit die Materialien sind. Das ist wahnsinnig komplex und schwierig dann bei sehr harten Materialien. Also warum dieser Aufwand? Dann sagt er noch, wie um uns Hinweise zu geben, ist an einer der Schalen im Kairoer Museum ein Horn angebracht. Das haben wir hier, ein Foto davon. Das ist ein Horn. Völlig verrückt. Und eine der Schalen hat keine Griffe, wie man sie normalerweise an einer Haushaltsvase oder Urne sieht, sondern zapfenähnliche Anhängsel, die auf beiden Seiten der Schale angebracht sind. Das hatten wir hier. Also wenn du dir das hier anguckst, das sind ja eigentlich, das sind ja, so hält man ja keine Vase. Man könnte jetzt sagen, ja super, okay, die waren alle zum Aufhängen gedacht. Wird jetzt vielleicht ein Ekyptologe sagen. Erklärt aber immer noch nicht, warum dieser Riesenaufwand. Also ist das jetzt wirklich zum Aufhängen gedacht gewesen? Weil, was er hier sagt, diese zapfenähnlichen Anhängseln, man könnte es auf Schienen schieben. Sagt er hier, die Zapfen werden benötigt, um die Schalen sicher in einem Resonanzkörper zu halten. Also man könnte die irgendwo auf Schienen oder sonst irgendwo befestigen, um halt diese kleinen Gefäße dann auch als Resonanzgefäße zu nutzen, um Klang zu erzeugen. Um Schallwellen halt hörbar zu machen oder Frequenzen eben zu verändern, zu nutzen und so weiter. Das wäre ja auch mal interessant. Ich weiß es nicht, ob es da Forscher gibt, die sich mit der Thematik schon mal auseinandergesetzt haben. Ob diese Gefäße hier bestimmte Frequenzen haben. Wäre ja auch mal interessant, ob es da sowas gibt. Oder bei diesen 40.000 Gefäßen unter der Pyramide, die da gefunden wurden, wie viele sich halt ähneln in den Frequenzen und so. Also das ist so ein Hinweis. Das ist jetzt nicht große Pyramide, nicht die Cheops-Pyramide gewesen, sondern die Stufenpyramide. Aber möglicherweise wurde deswegen aus so unglaublich hartem Material mit großem Aufwand, wie auch immer, man weiß es halt heute gar nicht, wie das gemacht wurde. Vielleicht waren diese Gefäße dafür da, für die akustischen Effekte. Okay, was fehlt denn jetzt noch? Also wir könnten jetzt hier stoppen, aber eine Sache wollte ich gerne noch reinnehmen. Und zwar, oder zwei Sachen, beziehungsweise hier, bei SketchUp waren wir ja jetzt so weit gewesen oder bei der großen Pyramide. Große Galerie erzeugt Klang durch diese Resonator-Baugruppen. Der Schall wird hier in diese Öffnung hineingeleitet und geht von da aus, zack, hinten in die Königskammer hinein. Dazwischen haben wir aber noch was. Und zwar haben wir dazwischen die Vorkammer. Und die Vorkammer stellt man sich so vor, wie es hier zu sehen ist. Beziehungsweise die sah so aus. Fliegen wir mal ganz kurz da rein. So, hier stehen wir jetzt gerade vor der Vorkammer. Das ist die große Galerie da unten. Und jetzt gehen wir mal da rein. Das sind jetzt Aufnahmen aus dem Inneren der Pyramide. So, jetzt stehen wir gleich drin. Zack. So, jetzt sind wir da drin. Was hier aktuell nicht mehr, also heutzutage nicht mehr drin ist, sind hier, wird vermuten, dass da eins, zwei, drei dicke Granitblöcke drin waren. Sieht man hier an den beiden Seiten diese Schlitze, dass da halt so Blöcke noch angebracht waren. Oder sozusagen hängend gelagert werden konnten. Also durch einen Seilmechanismus, der hier durchgeführt wurde. Durch diese vier Schlitze. Und tatsächlich hat man hier oben nämlich auch so Rundungen. Das heißt, wie es hier bei SketchUp bei der Grafik zu sehen ist, wären hier oben Holzblöcke drin gewesen. Und über einen Seilmechanismus hätten hier diese Granitblöcke hoch und runter bewegt werden können. Da sagen jetzt Archäologen und Ägyptologen, ja, das war halt ein Schutz vor Grabräubern. Wenn wir aber von der Hypothese jetzt mal ausgehen, dass es hier ein Kraftwerk war, ein seismisches, dann bräuchte man einen Mechanismus, der die Schallwellen, die aus der großen Pyramide kommen und hier unten dann durch den Eingang da hineingehen, bräuchte man einen Mechanismus, dass diese Schallwellen hier sozusagen nochmal gefiltert werden oder gedämpft werden und nur die brauchbaren Frequenzen in die Königskammer hineinkommen. Also das wäre hier eigentlich wie so ein Schalldämpfer, könnte man sagen, der nur bestimmte Frequenzen dann in die Königskammer hier hineinlässt. Dann sagt, also Christopher Dunn, durch den Einbau von Schalldämpfern in der Vorkammer würden die Schallwellen, die von der großen Galerie durch den Durchgang in die Königskammer dringen, auf ihrem Weg gefiltert, sodass nur eine einzige Frequenz oder eine Oberwelle dieser Frequenz in den Resonanzraum eindringen kann. Diejenigen Schallwellen, deren Wellenlänge nicht mit den Abmessungen zwischen den Schallwellen übereinstimmt, werden herausgefiltert, wodurch sichergestellt wird, dass keine störenden Schallwellen in den Resonanzraum der Königskammer eindringen und die Leistung des Systems verringern könnten. Also hier ein Frequenzfilter. Dafür wäre das gedacht, um die Schallwellen nochmal vorher ein bisschen zu sortieren, welche rein und nicht rein sollen. Hatten wir auch ein Bild zu. Nochmal ganz kurz gucken. Wo ist das? Das war hier, genau. Also hier haben wir nochmal das gleiche Bild. Diese Steinblöcke und den Seilmechanismus und so. Hier ist das mal so aufgezeichnet, dass dann im Grunde genommen die Schallwellen, die hier durchkommen, dass man da filtern könnte. Genau. Das dazu. Jetzt hatten wir ein Problem. Wenn die Pyramide ein Resonanzkraftwerk ist und die große Galerie dazu genutzt wurde, die Schwingungen aus dem Pyramidenkörper hörbar zu machen, in hörbare Schallwellen umzuwandeln und hinein zu lenken, ist immer noch die Sache, wie vermeidet man eine Resonanzkatastrophe. Das hatten wir im vorletzten Video, glaube ich, wo dieser Fall war, wo sich eine modern gebaute Autobrücke, also richtig feste Brücke, die hat sich durch Windfrequenzen, durch Windstöße so aufgeschaukelt, dass die komplette Brücke eingestürzt ist. Das ist eine Resonanzkatastrophe. Also wie könnte man hier verhindern, dass dieses ganze System außer Kontrolle gerät? Also dass es sich zu sehr irgendwann aufschaukelt und die Schwingungen hier in der Pyramide oder in der großen Galerie so stark werden, durch die Resonanzkonstruktion, die hier drin ist. Also dass es so doll in Schwingungen gerät, dass alles zusammenbricht und zusammenfällt. Das muss man ja auch irgendwie dämpfen können. Man muss es von außen steuern können, den ganzen Mechanismus. Was könnte man machen? Also es gibt eigentlich drei Möglichkeiten, um diese Sache zu verhindern. Man könnte die Quelle der Vibrationen abschalten. Das geht jetzt hier aber nicht, wenn die Pyramide nämlich mit der Erde in Resonanz gegangen ist. Man kann die Erde nicht abschalten, die Schwingungen, die in der Erde sind. Also doofe Idee, geht nicht. Man könnte zweitens die Resonatoren von der Quelle entkoppeln. Also, was man machen könnte, wäre hier... Gehen wir wieder auf die Bilder. Gucken wir nochmal ganz kurz nach dem richtigen Bild. Die Resonatoren waren ja hier angebracht an diesem Ständerwerk. Man könnte irgendeine Mechanik einbauen, dass die Resonatoren, die Stimmgabeln oder die Kugeln und so, dass die halt irgendwie entkoppelt werden von dem ganzen Pyramidenkomplex. Ist aber ein mechanisch, ja, krasser Aufwand auch. Und da sind jetzt keine Hinweise, die man direkt hätte oder so. Es gibt aber eine dritte Möglichkeit. Man kann die Schwingungen dämpfen. Womit kann man die dämpfen? Mit einer sogenannten Interferenzwelle. Mit Gegenschall. Da gibt es heutzutage ja auch Kopfhörer, die den Schall von außen im Grunde genommen weghalten können, indem sie einen Gegenschall erzeugen. Also, wenn eine Welle, sagen wir mal so, schwingt, ein Ton, eine Frequenz schwingt so, und man würde eine Welle erzeugen, die halt genau entgegengesetzt schwingt, also die geht nicht hoch, runter, hoch, sondern runter, hoch, runter, also einen Gegenschall erzeugt, dann neutralisieren sich beide Wellen und man hört gar nichts mehr. Also, das wird heute auch genutzt, um ja, lautstärk oder laute Sachen eben zu dämpfen und so. Das wäre die Möglichkeit. Und da auch jetzt wieder vom Christopher Dunn. Was sagt er? Angesichts dieser Überlegungen habe ich mich näher mit der Möglichkeit befasst, dass die alten Ägypter überschüssige Schwingungen mithilfe einer phasenverschobenen Interferenzschallwelle ausgelöscht haben könnten. Meine Untersuchung begann mit dem aufsteigenden Durchgang, denn er ist die einzige Einrichtung innerhalb der großen Pyramide, die Vorrichtungen enthält, in Anführungszeichen, die direkt von außen zugänglich sind. Also, gucken wir uns das Ganze hier nochmal an. Hier haben wir die Königskammer gehabt, dann geht es hier in die große Galerie und von der großen Galerie wurde irgendwann später hier so ein Steintunnel mal reingehauen. Kommen wir nochmal zu. War wohl nicht ursprünglicher Teil des ganzen Baus. Nehmen wir mal an, der wäre hier nicht da. Dann wäre hier die Königskammer, die ist aber auch abgeschlossen. Da kommt man nicht hin, weil die Schächte viel zu klein sind. Aber hier, hier geht man heutzutage eben auch hoch durch diesen schmalen Gang. Ach, jetzt zeige ich es gerade nicht. Ich bin ja doof. Also nochmal. Hier, Königskammer, große Galerie. Das hier ist der Gang, der später reingehauen wurde, dieser gelbe da, der wohl ursprünglich nicht vorhanden war. Sage ich jetzt, spoiler ich mal, kommt in nächsten Videos. Also, wir haben noch keinen Eingang, noch keinen Zugang zu dem ganzen System. Hier ist die Königinnenkammer, kommen wir auch noch zu, aber auch kein Zugang, um hier irgendwie was zu bewerkstelligen bei der. Aber hier, diesen Schach, den kommt man heute als Besucher hoch. Und der endet hier unten an diesen verrückten drei Granitblöcken. Damit ist der verschlossen. Und diese drei Granitblöcke, die wären halt auch über das andere, über den eigentlichen Eingang, der mal existierte, wären die halt zugänglich gewesen. Also da wäre man hier von außen wohl reingekommen und hätte halt hier bei den Granitblöcken dann auch irgendwas machen können. Diese Granitblöcke nennt er jetzt Vorrichtung. Also hier durch den blauen Eingang, wenn man dann irgendwie vielleicht da dran gekommen. Okay, was sagt er? Wenn die Bediener der Maschine, des Kraftwerks, es für nötig hielten, Schwingungen zu unterdrücken, mussten sie in der Lage sein, von außen schnell auf diese Notwendigkeit zu reagieren. Ich bezeichne die Granitfropfen in diesem Durchgang aus demselben Grund als Vorrichtung, aus dem ich die Granitbalken über der Königskammer als Vorrichtung bezeichne. Sie sind für ihren angeblichen Zweck überdimensioniert und übertrieben ausgearbeitet. Im Falle des aufsteigenden Ganges war es nicht notwendig, Granit zu verwenden, um diesen Gang zu blockieren, wenn die alten Ägypter Grabräuber fernhalten wollten. Kalkstein hätte ausgereicht. Realistisch betrachtet wäre Kalkstein sogar besser gewesen. Allein die Tatsache, dass die Steine, die diesen Durchgang blockieren, aus Granit sind, widerspricht ihrer Wirksamkeit bei der Sicherung der inneren Kammern vor Räubern, was die orthodoxe Interpretation für ihre Verwendung ist. Vielmehr hätten sie den gegenteiligen Effekt, indem sie, Alma Moons Aufmerksamkeit, auf die Existenz des aufsteigenden Gangs und in der Folge auf die gesamte innere Anordnung der Gänge und Kammern lenken. Nein, diese Granitfropfen mussten einen anderen Grund für ihr Vorhandensein haben. Also er sagt hier, Grabräuber, die hier von unten, die wären jetzt hier den Gang runtergekommen, also hier so runtergelatscht, und dann wären sie hier hingekommen und hätten auf einmal gesehen, Moment mal, da eine Decke, da ist ein Granitblock, da geht es ja weiter. Das hat der Alma Moons nämlich wohl irgendwie auch geschnallt und dann hat er halt sich hier außen drum herum gegraben noch, um zu gucken, was ist denn dahinter? Da ist ja irgendwas verschlossen. Wenn ich Grabräuber abhalten möchte, dann nehme ich das gleiche Gestein, dass es halt unsichtbar wird sozusagen. Okay, wenn es aber jetzt für was anderes war, für diese Maschine, wofür war es denn dann? Das ist jetzt so der letzte Punkt. Als ich sie untersuchte und mir ihre Verwendung vorstellte, wurde mir klar, dass sie möglicherweise in die Struktur eingebaut wurden, um zwei wichtige Funktionen zu erfüllen. Erstens. Zum einen sollten sie den Betreibern des Kraftwerks eine Rückmeldung geben, indem sie auf die Geräusche reagierten, die in der großen Galerie erzeugt wurden und durch den aufsteigenden Gang drangen. Diese Bediener dieser Maschine hätten Schwingungssensoren, ähnlich den Beschleunigungssensoren, die Danley verwendete, an den untersten Granitfropfen anbringen können. Also hier jetzt, an dem hätte man Schwingungssensoren anbringen können. Und hätten so die Möglichkeit gehabt, das Energieniveau in der großen Galerie zu überwachen. Weil, wir erinnern uns, hier oben in der großen Galerie, wahnsinnig lauter Sound. Es vibriert und alles ist wahnsinnig laut. Aber hier ist ja viel Gestein dazwischen. Der Klang dringt hier durch. Die Blöcke schwingen mit und man hätte durch Sensoren das messen können von da aus. Wie stark ist sozusagen das Energieniveau gerade im Inneren? Zweiter Punkt. Die andere Aufgabe dieser Granitfropfen könnte darin bestanden haben, auf Vibrationen von Geräten in der Abwärtspassage zu reagieren. Also Geräte meint er jetzt wieder diese Blöcke. Auf die Vibrationen zu reagieren und phasenverschobene Interferenzschallwellen in die Aufwärtspassage und die große Galerie zu übertragen, um zu verhindern, dass die Vibrationen im Inneren zerstörerische Ausmaße annehmen. Also von hier aus durch diese Blöcke die Theorie jetzt, sagt er, hätte man halt eine Interferenzschallwelle senden können, die das Energieniveau hier oben in der großen Galerie beeinflusst. So. Also hier wird ein Ton hochgeschickt, einfach dann durch die Blöcke, hier von außen ist jemand, erzeugt irgendwie Klang, Ton, eine Interferenzschallwelle, die lässt die Blöcke hiermit schwingen, der Ton geht hier hoch und das System wird reguliert. Das wäre halt eine Möglichkeit gewesen. Das klingt jetzt vielleicht total krass, aber jetzt müssen wir ja noch unsere Verbindung zu Rolls-Royce Aerospace machen und da merkt man vielleicht, dass die ganze Sache gar nicht so krass ist. Also dass da vielleicht, dass da vielleicht doch was dran ist, auch gerade mit den Fropfen hier unten, mit diesen Granitblöcken, würde es der eine oder andere vielleicht sagen, naja, jetzt wird ja immer abgefahren alles. Aber da gucken wir uns jetzt was an noch im Internet abschließend. Genau, bevor wir das machen, wenn du kein Video verpassen möchtest, wie es hier weitergeht, weil wir müssen hier noch mehr besprechen aus der Pyramide, dann lass doch ein Abo da und klick am besten die Glocke auch an, weil dann kriegst du die Infos, wann das nächste Video kommt und so weiter. Also würde ich mich sehr freuen, falls du noch nicht Abonnent bist oder so und dich das hier interessiert, sei herzlich eingeladen, das zu machen. Genau. Rolls Royce Aerospace. Was hat es damit auf sich? Okay. Was ist überhaupt Rolls Royce Aerospace? Ich gehe mal auf die Webseite von denen. Also Rolls Royce, dieses Unternehmen, was es gibt, zeigt dir erstmal, was für Serviceleistung, Dienstleistung und Produkte bieten sie denn an? Ja, und da wundert man sich, man denkt immer an Autos, aber hier haben wir zivile Luftfahrt, militärische Verteidigung, Energiesysteme, elektrische Generatoren und hier Datenlabore und so weiter. Also das ist Rolls Royce. Die Webseite von denen, kannst du gerne selbst schauen. So, und warum zeige ich das? Wegen diesem Paper hier. Das Paper ist überschrieben Large Scale Thermal Acoustic Generator. Also ein Large Scale, große Skalierung, also ein sehr großer thermal-akustischer Generator. und ist verfasst von einem Eric E. Wilson und dieser Eric E. Wilson gucken wir mal ganz kurz. Wo haben wir ihn? Hier. Das ist die LinkedIn-Seite von ihm. Der Eric Wilson arbeitet als technischer Spezialist bei, hier steht es, innovativen Wärmemanagement bei Rolls Royce. Also der ist da seit 15 Jahren und 8 Monaten tätig. Ist Spezialist für innovative thermische thermisches Energiemanagement so gesehen. Und der hat dieses Paper hier verfasst. Das ist, na, wieder zurück, wo habe ich das Paper? Das ist aus dem Jahr 2019. Das ist noch nicht so alt und das Paper werden wir uns in Zukunft in einem anderen Video mal genauer anschauen. Aber was er hier beschreibt, ist ein seismisches Kraftwerk. Geht auf verschiedenste Forschungen ein. Sagt halt hier, so ein seismisches Kraftwerk könnte man am besten in einen großen Berg hineinbauen. Hier nur einfach mal gezeigt, dass Energie gewinnen könnte aus den Schwingungen der Erde, um die nutzbar zu machen. und er zeigt hier auch so ein bisschen das Reaktorsystem eines solchen Reaktors, eines solchen Kraftwerks. Hier nur mal ganz kurz gezeigt, hier ist die Hot Section, wo die Energiegewinnung stattfindet, also der eigentliche Reaktor. Hier ist eine Cold Section, wo diese Wellen sind. Und hier ist ein langer Gang noch so gesehen oder ein dritter Raum, sieht ihr auch, wie lang das ist, 400 Fuß, wo am Schluss ein Block ist, der ist hier überschrieben mit Tuning Block. Also von da aus wird das System gestimmt. Die Frequenzen werden gestimmt von da aus. Jetzt gucken wir noch mal ganz kurz bei der Pyramide nach. Wie war es denn da gewesen? Wo habe ich sie jetzt? Pyramide. Da. Also was hatten wir hier? Ähnlicher Aufbau. Wir hatten einen Reaktorblock der Königskammer, wo die Schwingungen in elektrische Energie umgewandelt werden. Wir hatten hier den Block, der hier als Cold Section bezeichnet wurde in dem Paper. Cold Section, das ist jetzt hier bei uns die große Galerie. Und dann haben wir hier diesen aufsteigenden Gang mit dem Tuning Block. Also von hier unten hat Christopher dann geschrieben, wurde wahrscheinlich die Frequenz beeinflusst oder das System gestimmt, wenn es zu stark vielleicht vibrierte oder es konnte von außen gemessen werden einfach. Ja und das haben wir hier bei diesem wissenschaftlichen Paper von 2019 von dem Mittelarbeiter von Rolls-Royce Aerospace. Und der beschreibt es ganz genau so, dass hier hinten eben auch dieser Tuning Block ist. Also dieses wissenschaftliche Paper, diese Abhandlung hier, sehr interessant, auch die Quellen, die hier angegeben sind unten, die ganzen Referenzen, Forschungen zum Beispiel zu den Eigenschaften von Granit etc. Das werden wir uns alles genau anschauen. Also zu allein diesem Paper werde ich noch ein eigenes Video mal machen. Und was wir natürlich auch noch immer nicht herausgefunden haben, ist diese Sache, ja, wofür ist jetzt zum Beispiel die Königinnenkammer gedacht. Was passiert jetzt, wenn die Königskammer schwingt und der Granit ein elektrisches Feld erzeugt? Wie ziehe ich diese Energie denn ab? Wie mache ich die nutzbar? Also all diese Sachen sind ja noch gar nicht geklärt. Die müssen wir uns ja noch anschauen. Und das werden wir in den nächsten Videos machen. Genau. Also das schon mal so als Vorschau. Ich freue mich, dass du mit dabei warst jetzt. Dass du auch hier wieder mit reingeschnuppert hast. Und wie gesagt, vorhin schon gesagt, wenn du ein Abo dalassen möchtest, freue ich mich total. Wenn du den Kanal unterstützen möchtest, durch Kommentare hier unten drunter, schreib deine Kommentare und Gedanken gerne hier rein. Ich finde es auch total spannend. Es war auch in den letzten Videos schon, dass einige auch darauf eingegangen sind, schon mit der Vorkammer, dass die wahrscheinlich zum Stimmen der Frequenzen ist, wie so ein Musikinstrument hatte ein Kommentargeber verglichen. Du weißt, wer gemeint ist. Ich habe leider deinen Namen jetzt nicht parat. Muss ich nächstes Mal mal raussuchen. Also viele interessante Ideen immer dabei. Danke dafür. Danke an alle, die den Kanal hier finanziell unterstützen. Da sind auch unten drunter die Infos. Super lieben Dank dafür, wenn du das machst oder danke, wenn du da vielleicht überlegst, das zu machen, damit ich einfach hier diesen Themen noch mehr Zeit widmen kann. Ich habe meinen normalen Job mit Webdesign und ausbauen. Jede Spende ermöglicht, mir da eben auch mehr Zeit reinzustecken. Deswegen ganz vielen lieben Dank. Okay, das soll es gewesen sein. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir einen super schönen Tag erstmal. Viel Spaß beim Grübeln Nachdenken und einfach ein paar schöne Tage. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Aufmerksamkeit.